Hallo Mädels und Jungs, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt in Sellerhain unterwegs und wir schrauben uns hier mal ein bisschen hoch, wir sind nur 60 erlaubt, das Falt ist auch nicht unbedingt der griffigste, aber macht nichts. Der vorhin war ein bisschen rutschiger, der geht wieder. Ah herrlich. So, ich glaube ich bringe alle hinter mich, oder? Ja. Oder doch nicht. Ah, jetzt werden noch 20 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Schöne Strecke, hein? Hier durch den Steinschlagschutz gemütlich weiter. Ja, und dann hoffe ich, ich komme auch noch bald zu meinem Quartier. Vielleicht sieht man es nicht, aber hier geht's ganz schön bergauf. Ja, das ist ganz schön. Ja, das ist voll schön. Ja, das ist voll. Jetzt, ich gehe jetzt mal nach Kut Frau. Ja, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt einfach. So, drehen wir nochmal ab und ich sage, wie immer, oben bleiben. So, drehen wir nochmal ab.